hier gibt man sich gegenseitig halt mal so einen kleinen motivierenden klaps und da haben wir schon das erste team verloren und damit einen wunderschönen guten abend zum pubg valentinstags cup wegbrennt liebe und romantik zeigt sich auch von unterschiedlichen seiten kommt von drin und oh der wird einfach nur beseelt davon dass seine freundin mit dabei ist super wunderbarer tag voller liebe muss hier dringend aufpassen aber das war gar nicht mal so übel ja wunderschön beziehung heißt ja nicht nur nehmen sondern auch geben wieder mal mit dem ersten knock und auch dazu das glaube ich das war's die nate war ja mal absolut großartig wir sehen eine botbutter oh pie und kustel dann bin ich bereit an diesem abend auch bei euch die herzen höher schlagen zu lassen liebe braucht geduld und es gehen sofort granaten auf den nächsten fall könnten beide richtig sauber wo kommt und es ist nur noch moin und dabei freuen uns gigantisch euch präsentieren zu dürfen tex herzblatt dann gehe ich mit kandidat a person nummer ein mordlustig aber dann doch irgendwie auch lieb gefährliches leben geiles outfit take danke ich bin nervös und sauer und hoffe ich bin nervös und sauer und hoffe ich bin nervös und sauer und dann muss man jetzt auf den rest losstellen jawohl hat man was sie wieder genug worden ist da was die da was die noch immer gedaukt ja hol ihn wieder wunderschön Oh, Cookie wird genockt, Hayopai Oh, wie fremst Nein, er ist wieder da, er ist wieder da Oh, jetzt wird Speedy genockt Cookie, auf geht's Nein Oh, wow Oh, beide Spieler solo Ein Hit, oh Super, wunderbarer Tag, voller Liebe Niklaus, nicht mehr weiter zurück Er legt sich im richtigen Moment Im besseren Moment zu hinlegen hätte er sich nicht Oh, vielleicht nicht mehr lange Und er macht es Der Headshot sitzt Jetzt wollen wir gar nicht mehr darüber zu reden Also da muss man schon Der Nein, der Waffenwechsel nochmal ganz komisch Die anonymen Ego-Pieger sind auf der 1 Toll, dass ihr dabei wart Super Stimmung gemacht Wir sehen uns beim nächsten Cup spätestens wieder